Wollen wir mehr Elektrosmog oder besseren Handyempfang? Fahren die Busse auch nachts? Bekommt die Jugendarbeit genug Geld? Gibt es WLAN an öffentlichen Plätzen? Muss man nachts alle Straßendaternen abschalten? Fahren genug Busse zur Schule? Und was kostet meine Monatskarte? Gibt es eine Mensa und was bietet sie an? Werden Festivals unterstützt? Wann werden die Schultoiletten renoviert? Wie schnell darf ich in der Stadt fahren? Gibt es einen Junggemeinderat? Gute Frage, jetzt zählt auch deine Stimme. Kommunalwahl, jetzt schon ab 16. Informier dich und gewähl.